Fühlst du dich einsam? Fällt dir Alleinsein eher schwer? In diesem Video zeige ich dir, wie du es schaffst, dich am Alleinsein zu erfreuen. Denn indem du alleine sein kannst und zufrieden bist, dann wirst du auch diese positive Energie ausstrahlen und es kommen automatisch die richtigen Menschen in dein Leben. Wieso fällt uns Alleinsein so schwer? Weil wir hauptsächlich im Außen leben. Wir haben das Gefühl, dass wir nur glücklich sein können, wenn wir das Glück von jemandem bekommen. Der richtige Partner im Leben haben, ja dann wäre ich glücklich. Die richtigen Menschen im Leben haben, ja dann wäre ich glücklich. Den richtigen Job haben, ja dann wäre ich glücklich. Gleiches zieht aber Gleiches an. Die Außenwelt ist ein Spiegel, also je einsamer du dich fühlst und je weniger du alleine sein kannst, desto mehr wirst du es sein. Je weniger du dich selbst liebst, desto mehr wirst du Menschen in dein Leben ziehen, die dich nicht so lieben wie du bist. Je weniger du dir das gibst, was du brauchst, desto wenig bekommst du vom Außen, was du brauchst. Das ist das Gesetz der Anziehung. Das heißt, du kommst nicht drum herum zu lernen, alleine zu sein und die Zeit mit dir alleine zu genießen. Wie machst du das aber jetzt am besten? Indem du in erster Linie einmal rausfindest, was dir wirklich Freude macht. Was hast du als Kind schon gerne gemacht? Was kannst du stundenlang machen, ohne dabei müde zu werden? Ich empfehle dir das Buch Die Stille spricht von Eckart Tolle. Wir müssen uns immer wieder beschäftigen, sei es mit Reden, Denken, Fernsehschauen, Handy oder was auch immer. Wieso tun wir das? Weil wir nicht wissen, was wir mit uns alleine anfangen sollen. Und wieso ist das so? Weil uns das Alleine-Sein schon einmal Angst macht. Und weil wir Angst haben, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Denn in solchen Momenten könnten Gefühle hochkommen, die wir lieber nicht fühlen möchten. Deshalb lenken wir uns lieber ab. Und da wir uns immer ablenken und im Außenleben, unterdrücken wir unsere Gefühle und unsere Gedanken weiterhin. Gefühle zu unterdrücken, macht uns aber krank. Deshalb kämpf nicht dagegen an und lass deine Gefühle raus, denn sie wollen gefühlt werden und dir etwas mitteilen. Verstehe, dass das Glück in dir liegt. Niemand im Außen kann dich glücklich machen, wenn du dich nicht in erster Linie selbst glücklich machst. Deshalb mache alles, was dir Freude macht. Koche etwas Leckeres nur für dich alleine. Gehe raus in die Natur. Erfreue dich an der Schönheit der Natur. Nimm sie bewusst wahr. Lerne dich in Stille und lerne einfach zu sein. Meditation ist ein super Tool, um das zu lernen. Fang an zu lesen. Bücher, die dich weiterbringen. Und etwas ganz Wichtiges. Finde deine Lebensaufgabe. Finde heraus, was du dieser Welt zu geben hast. Jeder Mensch hat eine Aufgabe in seinem Leben. Am besten findest du das heraus, indem du schaust, was du als Kind am liebsten gemacht hast. Ich zum Beispiel war ein enormer Träumer. Ich war manchmal so weggetreten und in meiner Welt, dass ich manchmal gar nicht mehr wusste, ob das Erlebte nun real war oder nicht. Was mache ich heute? Ich mache genau das gleiche wieder. Nur, dass ich heute weiß, dass dies Meditieren, Channeln und Astralreisen heisst. Du findest das Glück im Leben, in dem du genau weisst, was dir gut tut und was dir Freude macht. So macht alleine sein Spass, denn du wirst deine Zeit nicht mehr im Außen verbringen und traurig darüber sein, dass du einsam bist. Sondern du wirst mit der Zeit fast zu wenig Zeit haben für all die Dinge, die du gerne machst. Du wirst dich so selbst kennenlernen. Und indem du genau weisst, wie du bist, wirst du automatisch die passenden Menschen in dein Leben ziehen. Und schon bald wirst du diese Freude mit jemand anderem teilen können. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn du noch mehr hilfreiche Tipps von mir möchtest, dann abonniere doch meinen Kanal und setz die Glocke, damit du immer informiert wirst. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich wünsche dir alles Liebe auf deinem Weg. Deine Sandy Dein Weg zu dir selbst 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 Untertitelung des ZDF, 2020